So, Freunde, weiter geht's. Nächster Part. Handlungstafel. Mörderkult. Kostmann's eyes, can you hear me? Oh, Lord, da. Hello? Anyone there? Dead. Get so around, no? Die Frage war, ob die Seite die richtige ist. Okay, wir hätten da auch von der anderen Seite kommen können. Ja, wurscht. Bleibt sich also gleich. Cool. Hm, boxt er mich einfach halt da aus der Ecke. Er zeigt irgendwie hoch, Alter, aber wohin? Nach hinten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Genau. Oh. So, ein paar Flashbangs sind ja nicht schlecht. Oh, Fool. Go, 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 go. Go on, ma'am. Come on, ma'am. This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists track down the torchbearers moving in the tunnels. They lock the poor folks up in a derailed subway car, dows it in gasoline. Yeah. Charming. It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. The story thread felt important. I could use it in one of the scenes I found. Okay. What's that? Ach du scheiße, alter. Schau mal den Budi an. Classic. Gyneze. None of this was real. It was all real. Wir werden uns verhören! Wir werden uns verhören! Wir werden uns verhören! Wir werden uns verhören! Krass, Alter! Verhör mich! Ja wirklich, verhör mich, Alter. Da war er, Mascha. Jetzt gehen wir runter. Er geht nach hinten. Mann, Alter! Ja. 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 Das ist ja was gerade bei euch. Oh! So, gleich mal ein paar Schuss verbraucht, Mann. Ja. Ah, da haben wir wieder was dran. Okay. Da hat sich jetzt nichts verändert. Jetzt oben vielleicht eine Lampe gegeben. Da. Okay, gut. Okay, alter, wo ist denn dann dieses Licht? Ja, aber ich habe da unten nichts mehr. Ja. Und was er macht. Da passt. Ja, Handlungssafel, genau. Wackeltre, wann ist der FBI Agent? Da muss man jetzt den Weg zurücklaufen, verstehst du das nicht ganz? Ah, da waren wir doch schon. Ah, okay. So müssen wir das für hinten. Okay. 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 Oh lord. Wenn ich jetzt zurücklaufen muss, ich muss jetzt zurücklaufen, weil sich der Weg hinter mir verändert. was ist das oder was? Ja, das ist nett. Oh lol Also wenn es jetzt komplett dunkel ist, ist es glaube ich ganz schlecht. Dann ist es definitiv die falsche Richtung. Oh, dann links geht es glaube ich weiter. Wo ein? Schlecht jemand. Ja, freut mich, dass ihr alle meinen Namen kennt. Neue Szene, geil. Batterien werden super. Ah, nice. Ein paar Duracells und geht schon. Ja, da siehst du. Ob das das Richtige ist? Was sind sie? Was ist das Richtige, Alter? Ja, Mann. Ja, Mann. Ich weiß, du kennst meinen Namen. Vielleicht ist es nicht der Richtige. Einstation für Mr. FBI Agent erscheint das Richtige. Schauen wir mal. Hm. Hm. Oh. Man muss halt einfach das Richtige Ding finden, Mann. Ich bin einst. Ich bin einst. Ich bin einst. Ich bin einst. Ja, das ist ja. Was? Okay. Okay. Ey, warte mal kurz, da haben wir, er hat noch was. Warte mal, komm er da rein? Okay. Also kurz sagen wir, warte der Macht, irgendwas können wir verbessern, warte der Pistole. Okay, das heißt die letzte Szene ist der Beschwörungskult. Wir haben nachladen. 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 Wir haben nachladen, wo wir uns kommen. ich kenne mich jetzt nicht aus scheinwürdig man aber es ist nicht das richtige what the fuck coverer verpiss dich doch und gehen da jetzt ah gut oh mann alter oh shit alter okay gut wird auch mal zeit dass man stirbt alles klar schließe das ritual im eingeschützten tunnel ab okay lasst mich aber jetzt in ruhe alter aber da kann ich jetzt trotzdem nicht weiter vielleicht jemand das ist aber nicht die richtige oder was ich komme dann nicht runter schlecht schlecht ich weiß jetzt nicht ob das das richtige ist alter okay zum eingeschützten tunnel zum eingeschützten tunnel das heißt hier hoch und gäste zug schutzraum toll ich bin jetzt am sack alter lass mich aber durch ich bin arzt oh lol ich bin klar ist der zug fackelträger alter ich muss jetzt wirklich den ganzen weg ich bin jetzt im tropfträger enterprises da kann ich jetzt gleich sagen das ist das richtige mann wir werden in der glas der zug das ist richtig ich bin 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 Die Story-Thread fühlt sich gerade hier. Okay. Alles klar, Mann. Dass man da dahinter kommt, aber wo die richtige Geschichte passt. Ja. Schön für dich, Alter. Lass mich in Ruhe. Okay. Ja, ist noch da. Gut. Eingestützter Tunnel, Alter. Ah, das war da hinten. Hm. Ah. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das das richtig ist. Ich muss auf jeden Fall die Szene mit dem eingeschätzten Tunnel wieder wenden. Was ist das? Ne, das war doch da hinten, Alter. Da, eingestützter Tunnel. Genau, hier. Und beim eingestützten Tunnel müssen wir die Szene. Ja, war ja klar. Okay. 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 Wie sieht gerade noch so aus, Mann. Okay. Huh. The tunnel was open now. I could get through. Mentor's hunt. Ah, jetzt ist es hinter mir. Hm. Jetzt gibt es auf immer keinen Weg zurück. Oh man, es wird ja immer enger hier. Ah, da vorne ist einfach mitten so ein Licht, Alter. Ah, Leute ist da. Ah, okay. Es hat sich verändert. Ich fühle mich eine Überraschung zu Hause. Ein F.B.I. Agent? Wer bist du? Was ist das? Wer bist du? Sie können mich hören. Ich bin S.Candeson, F.B.I. Das ist Alan Wake. Ich bin hier. Der Schmerz. Unter Cauldron Lake. Der Schmerz. Der Schmerz. Der Schmerz. Ich versuche zu entfernen. Ich mache progresse, aber ich bin in danger. Okay. Der Schmerz. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Ich kann es fühlen. Ich war näher zu Hause. Habe die Frau und die Vision mir irgendwie geholfen? Es hat etwas verändert. Außerhalb der Parlamentsstour, wo ich mit Alice lebte. Es war da. Ich warte auf mich. Okay. Kapitel Ende, Alter. Okay. War schon ein creepy Kapitel, Mann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.